Sie haben einen HD-Fernseher, nutzen aber immer noch Ihren alten SUT-Receiver. Ganz schön unscharf, oder? Bild und Ton übertragen Sie per Komponentenkabel, HDMI oder SCART. Für überdurchschnittlich guten Ton sorgt der optische Audioausgang. Und wenn Sie mal keine Zeit haben, nehmen Sie Sendungen einfach auf. Der USB-Anschluss erkennt beliebige Speicher. Gesteuert wird das Gerät über eine übersichtliche Fernbedienung. Dabei helfen intuitive Bildschirmmenüs und das Beste. Die Sender sind bereits voreingestellt. Der SAT-Receiver eignet sich auch für Pay-TV. Mit Einschieben für HD-Plus-Karte und CI-Plus-Modul sind Sie für die Zukunft gerüstet. Und auf Fernsehzeitung und Radio können Sie jetzt auch verzichten. Beides ist digital im Receiver eingebaut. Machen Sie es wie ich und genießen Sie geniale Fernsehabende mit dem ESOSAT HD SAT-Receiver. Viel Spaß dabei! Viel Spaß dabei!